Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Das hier ist das erste Video, was ich 2020 aufnehme und es wird das letzte Video sein, in dem wir nochmal etwas im Bunker bauen. Denn das hier wird die finale Episode, wo wir den Bunker hoffentlich soweit fertigstellen. Und zwar kümmern wir uns heute nochmal um das ganze Redstone-Zeugs. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal den Bunker nochmal an, denn ich habe ein paar Sachen nochmal gebaut und ein bisschen was erweitert. Was jetzt allerdings nichts Großes war, sonst hätte ich das ja noch in einem Video verpackt natürlich. Und außerdem müssen wir natürlich erstmal gucken, was wir denn alles noch machen müssen in Sachen Redstone. Und das allererste und wahrscheinlich auch das Wichtigste ist natürlich erstmal die Eingangstür. Hier haben wir drei Pistentüren, die 3x3 groß sind. Und das Ganze soll so funktionieren, dass man hier draußen quasi irgendwo an einem speziellen Block, zum Beispiel hier, ein bestimmtes Item reinschmeißen muss mit einem bestimmten Namen. Also quasi mit dem Passwort. Und dann gehen hier die Türen auf und wir können halt reingehen. Und wenn es das falsche Passwort ist, dann passiert halt einfach gar nichts. Oder wenn es das falsche Item ist oder wenn man es irgendwo falsch hinschmeißt oder sowas. Und dann muss man halt, wie gesagt, schon wissen, wo man halt was hinschmeißt, damit die Türen hier aufgehen. Und die Idee ist dann, dass wir hier vorne, wir haben ja hier die Dekontaminationskammer. Und die Idee ist halt, dass wir dann hier diesen Knopf drücken und dann gehen die Türen wieder zu. Und während die Türen zugehen, geht natürlich die Dekontaminierungskammer hier auf. Und dann können wir hier ganz einfach reingehen. Das hier habe ich schon soweit fertig, weil ich nicht wusste, wie man das machen sollte. Deswegen habe ich es ziemlich viel überlegt und so weiter. Ja, und wenn das Wasser hier weg ist, dann können wir eben hier durch die Tür irgendwann raus. Und dann geht die Tür auch wieder zu und alles ist wieder sicher. Dann sind wir hier. Hier gibt es natürlich auch noch einiges, was wir machen müssen in Sachen Redstone. Zum einen haben wir hier natürlich den Fahrstuhl. Den werden wir dann auch relativ schnell machen, der dann hier runter geht. Und dann brauchen wir natürlich auch noch, hier vorne ist ja eine Tür beim Fahrstuhl. Und die soll ja nicht immer offen sein, sondern die soll theoretisch eigentlich geschlossen sein. Und dann natürlich auch hier diese bei dem Kran, die Türen hier, diese 3x3 Pistentüren. Die müssen auch alle normalerweise geschlossen sein. Und natürlich auch die Treppe, die hier hinten, die Tür, die zur Treppe geht, die soll auch, wie gesagt, normalerweise geschlossen sein. Nur wenn man halt einen speziellen Schalter umlegt, dann sollen alle Türen aufgehen. Und dann soll es halt die Möglichkeit geben, nach unten in den Bunker zu kommen. Und diese Tür, äh, dieser Schalter ist dann hier hinten im Kontrollraum. Hier haben wir insgesamt mehrere Schalter. Und da haben wir zum einen diesen hier, der Lichtschalter ist quasi, und der funktioniert auch schon. Den kann ich euch mal zeigen. Wenn man den hier anmacht, dann geht hier das Licht an. Die ganzen Lappen haben wir nämlich unter dem Teppich ja versteckt. Und das war jetzt nicht so kompliziert. Aber wie gesagt, wir haben hier die Türen, wenn man den Schalter umlegt, sollen halt wie gesagt alle Türen aufgehen, beziehungsweise normalerweise halt zu sein. Und dann haben wir hier noch für die Dekantominierungskammer einen Schalter. Oder die Dekantominationskammer, glaube ich. Und wenn man den umlegt, dann soll halt die Kammer aufgehen, ohne dass da Wasser rauskommt. Und dann haben wir auch noch eine Tür für den Haupteingang, die ist hier hinten. Äh, Einschalter meine ich. Und damit kann man dann den auch im Endeffekt aufschalten. So, und das Ganze haben wir dann hier unten so ein bisschen. Das wird natürlich noch ein bisschen spannender, wenn wir da das ganze Zeug rein verlegen. Und mal gucken, wie, ja, wie ordentlich das wird mit dem ganzen Redstone. Wir haben allerdings unten auch noch ein bisschen was. Ach, übrigens, diese Treppe hier ist neu. Und auch dieser Gang, ähm, beziehungsweise nicht dieser Gang, sondern dieser Raum hier. Ähm, den hatten wir schon angedeutet, aber ich hab den halt nicht gebaut. Weil, wie gesagt, das ist jetzt nichts Großes hier eigentlich. Ist halt, wie gesagt, nur ein Raum mit Schaltern. Ich hab hier ein bisschen dekoriert mit ein bisschen Büchern und Sitzplätzen und so weiter. Und dann haben wir hier hinten halt nochmal eine eigene Treppe nach unten, damit eben das Personal quasi nach oben gehen kann. Weil, wie gesagt, normalerweise sind die Türen zu, aber die hier halt nicht. Und dann kommt man hier hin und im Endeffekt geht diese Tür dann hier hin. Und das kennen wir ja alles schon aus der ersten Episode, wo dann halt die Treppe nach unten geht. Hier kommt der Fahrstuhl an und hier hinten ist dann der Kran. Und dann haben wir hier auch direkt das Nächste, was wir machen müssen, nämlich nochmal zwei, dreimal drei Pistentüren. Und davon haben wir insgesamt ziemlich viel. Wir haben auch eine Pistentüren, die hier zur Farmstation geht. Und die ganzen automatischen Farmen, die ich hier hinten gebaut habe, das ist ja theoretisch auch Redstone. Aber zu denen habe ich schon jeweils ein Tutorial gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie man das baut, könnt ihr natürlich auf meinem Kanal danach suchen. Deswegen habe ich die jetzt hier nicht nochmal extra irgendwie erklärt, weil das wird halt auch wieder lange dauern. Dann haben wir hier, wie gesagt, überall noch Türen. Hier vorne aber auch noch eine Tür bei dem Maschinenraum. Und was wir auch noch machen wollen, ist ein Schalter, damit wir die ganzen Generatoren hier gleichzeitig aufmachen können. Und was ich auch noch überlegt habe, wäre vielleicht ganz cool, dass man hier hinten den ganzen Soulcent runterfahren kann. Das bedeutet, dass die Blasen quasi ausgehen. Und dass man dann mit einem bestimmten Schalter den umlegt und dann gehen die Soulcent-Blöcke halt hoch und dann fängt es jetzt an, hier zu blubbern. Das ist wirklich auch ziemlich nice. Denn, wie gesagt, hier nochmal eine Tür. Von den Türen haben wir, wie gesagt, super viel. Hier haben wir auch noch eine Tür. Wobei die hier schon fertig ist. Also wenn ich den Schalter hier umlege, dann funktioniert das Ganze. Und so sollen dann später halt alle Türen funktionieren. So. Hier drin haben wir dann auch nochmal so einen Generator. Das wird allerdings auch relativ schnell gehen. Was vielleicht nicht so schnell gehen wird, ist tatsächlich das Labor. Das haben wir auch soweit fertig. Allerdings brauchen wir hier noch ein paar Pistentüren. Und zwar soll das Ganze so funktionieren. Wir haben hier ja das Labor. Und das muss natürlich steril sein. Da soll natürlich nichts rein, was nicht rein soll. Beziehungsweise auch nichts raus, was eben nicht raus soll. Und dementsprechend möchte ich hier halt eine Tür machen. Wo man dann zu einer Dusche kommt. Da lässt man sich dann abduschen. Dann geht man weiter in so einen Umkleiderraum, wo man dann halt seine Schutzkleidung anzieht und so weiter. Und dann geht man da wieder raus und kommt dann hier halt ins Labor dann rein. Beziehungsweise wenn man hier raus geht, soll man dann halt erstmal abgeduscht werden. Dann kommt man wieder in diesen Umzugsraum. Und dann kommt man raus, wird nochmal abgeduscht. Und dann ist man halt ganz draußen. Einfach so auf Nummer sicher. Hier haben wir natürlich auch wieder eine dreimal drei Pistentür. Und ihr seht schon, hier habe ich überall Teppiche reingebaut. Und noch ein bisschen so Kleinigkeiten dekoriert halt. Aber das war jetzt nichts, wofür man irgendwie noch ein Video machen musste, dachte ich. Hier haben wir dann was ganz Neues. Und zwar habe ich ja voll vergessen ein Lager zu bauen. Also keine Ahnung, wie ich das vergessen konnte. Das ist ja das Wichtigste im Bunker, dass man ein fettes Lager hat. Habe ich irgendwie vergessen, aber ich habe es dann hier hingebaut. Und das ist jetzt auch nicht so spannend, dass man da wie gesagt ein Video hätte drüber machen können. Wir haben hier einfach nur eine Treppe nach unten. Hier wieder eine dreimal drei Pistentür. Und dann haben wir hier halt großes Lager mit halt, mit so Sachen, die man brauchen könnte. Halt mit Vorräten, mit Betten, mit Kohle, mit Werkstoff, mit Eisen, mit Kohle, mit noch mehr Steinen und mit Holz. Und hier irgendwelche Werkzeuge und so Alltagsgegenstände haben wir hier auch noch. Und hier haben wir dann ein Tresor. Wo natürlich wieder eine dreimal drei Pistentür ist. Und die funktioniert schon. Ich mache die mal kurz kaputt. Hier drinnen haben wir jetzt nämlich alles mögliche, was man so in so ein Tresor packt. Diamanten und Dierrüstung und seltene Sachen. Und Schalkerboxen und Gold und Bücher und so. Und den Schalter hier, den habe ich irgendwo im Bunker versteckt. Und wenn es dann mal den Download zu der Map gibt, könnt ihr euch den ja mal versuchen, oder versuchen den zu finden. Weil, wie gesagt, der ist natürlich versteckt. Weil das soll ja nicht jeder wissen, wie man in den Bunker reinkommt. Äh, in den Bunker sage ich schon, in den Tresor. So. Und ansonsten haben wir natürlich noch mehr Pistentüren, die wir hier benutzen oder die wir benutzbar machen müssen. Und das Ganze soll dann im Endeffekt von diesem Kontrollraum aus hier gesteuert werden. Und so haben wir hier wieder ganz viele Schalter, wo dann halt die ganzen Türen sind. Zum Beispiel hier die Tür zum Labor kann man hier offen zumachen. Oder später soll man die offen zumachen können. Zur Farmstation, zur Maschinenraum, zum Schutzraum, äh, zu den inneren Schutztoren. Und so weiter und so weiter. Dann haben wir hier nochmal so einen Zentralschalter, wo man halt alle aufmachen kann oder alle zumachen kann. Und dann haben wir hier natürlich noch eine Tür, wo man dann hier aus dem Bunker raus zu dem ganzen Redstone kommen kann. Ähm, ja, ansonsten ist das erstmal alles, was wir heute vorhaben. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit etwas leichtem, nämlich mit einer 3x3 Pistentüren. Und ich mache mal kurz hier, oh, wala, die Render Distance relativ weit nach unten, damit wir hier auch schöne FPS haben. Den Raum hier habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Oder wir hatten den auf jeden Fall angefangen. Aber ich habe den jetzt halt fertig gebaut. Eigentlich ist hier aber auch wieder nichts Spannendes. Wir haben hier halt so ein paar Schreibtische, Bücher und halt hier so eine coole Landkarte auf so einem Tisch. Fand ich ganz cool. Aber ansonsten, wie gesagt, ist hier halt nicht wirklich mehr, ähm, viel mehr passiert. Das Einzige, was wir auch noch haben, ist hier vorne so ein kleiner Tischtennisplatz, was ziemlich nice ist. Und hier vorne haben wir halt das Aquarium gebaut. Aber wie gesagt, jetzt nichts Großes. Und ich werde auch nochmal eine Bunkertour machen. Ihr könnt euch dann das alles nochmal genau anschauen. Und dann gibt es auch den Download dazu, wenn wir das alles fertig haben. Dann könnt ihr das Ganze hier selber erforschen, wie ihr möchtet. So, und ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit einer 3x3 Pistentür. Und zwar machen wir mal hier diese hier zuerst. Die habe ich nämlich schon vorbereitet. Das Erste, was ihr machen müsst, ist natürlich überlegen, wohin soll die Pistentür. Wir wollen die hier hin machen, wo das Eisen ist. Und dann müsst ihr natürlich drumherum erstmal so ein bisschen was ausheben. Das hier ist zwar viel zu viel, was man ausheben muss. Aber halt, damit es ein bisschen anschaulicher ist. Theoretisch braucht ihr, glaube ich, nur zwei in jede Richtung. Wobei ihr noch unten drei Blöcke Platz braucht. Und dann könnt ihr auch schon anfangen damit. Und die Blöcke, die ihr dafür braucht, sind erstmal irgendwelche Blöcke. Also halt irgendwas zum Bauen. Sticky Piston, ein Observer, Redstone oder mehrere Observer. Redstone Dust, Obsidian, Redstone Blöcke, ein Hopper und ein Redstone Repeater. Und in diesem Fall nehme ich nochmal einen Schalter. Wobei wir den Schalter auch später nicht mehr brauchen. Weil wir das Ganze ja von dem Kontrollraum aus quasi steuern wollen. So, und dann mache ich zum ersten Mal hier die ganzen Blöcke weg. So, damit wir hier ein bisschen gucken können, wie wir das Ganze bauen. Und zwar soll das Tor ja auf dieser Ebene hier sein, die jetzt immer noch mit Stonebricks zu sehen ist. Und dann machen wir da über erstmal zwei Pistons. So, dann machen wir links und rechts davon jeweils einen Observer, der mit dem Punkt nach rechts schaut. Und mit dem Gesicht halt zu den Pistons. Und dann machen wir hier unter diesen, machen wir dann erstmal hier einen Block hin. Und hier einen Block hin. Und daneben, genau da unter, kommt nochmal ein Obsidian Block. Und da oben drauf kommt dann ein Redstone. Und dann sowas ähnliches machen wir hier auch nochmal. Daneben einen Block. Und dann aber hier schräg drunter einen Block. Da auch wieder Redstone oben drauf. Und hier machen wir dann drei Sticky Pisten unter. Das bedeutet eins, zwei und drei. Aber da natürlich direkt da unter. Und hier machen wir erstmal zwei Sticky Pisten. So. Unter dieses Sticky Pisten kommt dann nochmal ein Observer, der mit dem roten Punkt nach unten guckt. Und da kommt dann nochmal ein Sticky Pisten hin. Und zwei Blöcke da unter kommt ein Redstone Block hin. Das sollte ungefähr so aussehen. Und dann kommt daneben erstmal wieder ein ganz normaler Block mit einem Redstone. Dann machen wir da erstmal drei Observer hin. Wobei wir einen davon wieder weg machen. Nämlich den ersten. Und dann machen wir gegen das Gesicht mit Shift und Rechtsklick gegen einen Trichterblock. Der dann da quasi reinguckt. Sollte dann etwa so aussehen. Und dann machen wir hier nochmal einen ganz normalen Block und einen Block nach oben. Da können wir auch schon mal Redstone drauf packen. Und hier machen wir dann einen Repeater hin, der auf dem dritten Tick ist. Nämlich auf dem rechten Observer quasi. Dann sieht das so aus. Was wir dann machen, ist daneben zwei Pistens übereinander. Sollte ungefähr so aussehen. Und was wir dann noch machen, ist hier neben einen Observer. Und dann machen wir dann einen Obsidian Block drauf. Und dann machen wir schräg darüber nochmal einen Obsidian Block hin. Dass das Ganze so aussieht. Und dann machen wir hier auf den Repeater und auf den Redstone das hier vorne. Machen wir auch nochmal einen Observer, der nach oben guckt. Beziehungsweise nach unten guckt. Aber mit den roten Punkten halt nach oben. Jetzt muss ich da nochmal kurz außen rum. Danke. So und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier nochmal einen Observer hin. Und zwar muss der hier so sein, dass der mit dem Gesicht quasi nach unten guckt. Und dann platzieren wir nochmal einen Sticky Pisten nach hier. Und dann ist das Ganze eigentlich schon fertig. Und dann brauchen wir mal hier eben Eisen. Damit wollen wir ja die Tür machen. Und dann platzieren wir, oder wir können erstmal mit dem Schalter vielleicht mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Und wir machen dann hier oben auf dem mittleren Block einen Eisenblock. Oder halt irgendeinen Block. Und machen da dann erstmal einen Schalter hin. Und dann müsste das Ganze jetzt theoretisch zu sein. Das bedeutet, wir können hier mal so tun, als würde das gerade zugeschoben worden sein mit den Torblöcken quasi. So soll das Ganze im Endeffekt aussehen. Und wenn wir jetzt den Schalter umlegen, dann sollte eigentlich alles eingefahren werden. So, das funktioniert schon mal richtig gut. Dann haben wir hier noch drei Blöcke frei. Nämlich einmal diesen hier in der Ecke, diesen hier in der Ecke und diesen hier in der Ecke. Dann machen wir dann jeweils nochmal den Block hin, aus dem auch das Tor ist, damit das gut aussieht. Und wenn wir jetzt den Schalter umlegen, seht ihr hier schließt sich das Tor. Und wenn wir ihn wieder richtig machen, dann geht es halt wieder auf. Und so soll das Ganze funktionieren. Denn das Einzige, was natürlich hier oben jetzt ist, ist, dass wir das natürlich nicht mit einem Schalter machen wollen. Sondern wir wollen hier Redstone hin machen. Und um das zu machen, machen wir dann einfach hier einen Block hin. Und dann hier die Leitung, dann halt Richtung Kontrollraum. Und dann machen wir da oben einfach Redstone hin. Und dann wird das Ganze so funktionieren. Und dann natürlich, damit man das Ganze nicht sieht, machen wir dann nochmal einen Block hin. Und das Ganze sieht dann so aus. Und das werde ich jetzt erstmal bei jeder Tür machen. Es wird ein bisschen dauern, aber es ist halt eigentlich ein ganz cooler Mechanismus. Sieht ganz cool aus, ist nicht so schwierig. Und ja, wie gesagt, ich mache das jetzt erstmal bei jeder Tür. Und dann gucken wir ja mal weiter. So, die ganzen 3x3 Pistentüren habe ich jetzt soweit fertig. Ich müsste die jetzt nur noch eben an den Kontrollraum quasi anschließen. Was wir allerdings vorher machen, ist erstmal dieses ganze Kleinkramzeug, was wir noch liegen haben. Zum Beispiel hier jetzt zum Beispiel diesen Generator. Und da würde ich sagen, fangen wir direkt mit an. Und zwar würde ich sagen, machen wir hier in die Ecke. Da würde es ganz gut passen, einen Schalter hin. Und das soll jetzt so funktionieren, wenn ich den Schalter aufmache, sondern diese beiden Eisentüren hier aufgehen. Und das ist eigentlich relativ einfach zu machen. Ich mache hier erstmal ein bisschen Platz. Und zwar, das Ganze funktioniert so, dass wir hier einfach Redstone Torches untertun. Das bedeutet, dass jetzt die Türen offen sind nämlich. Und das Ganze wollen wir jetzt halt powern. Und dafür müssen wir einfach nur nochmal Redstone hier zu dem Schalter legen. Und zwar benutze ich dafür jetzt einfach mal hier ganz normales Redstone mit Repeatern. Und dann soll das hier unten hinkommen. Das bedeutet, wir müssen das Ding jetzt irgendwie anschließen. Und das könnte man jetzt so machen. Allerdings seht ihr schon, dass der Block das ja nicht durchlässt. Also ganze Blöcke blocken nämlich hier so eine Treppenverbindung. Aber wenn wir Halbsteine dafür nehmen, dann wird das nicht geblockt. Das bedeutet, wir tauschen jetzt diesen Stein hier einfach mit einem Halbstein aus. Das sieht von oben jetzt immer noch genauso aus. Nur, dass es tatsächlich funktioniert. Das bedeutet, wenn ich das jetzt umlege, müsste es aufgehen. Ja, wunderbar. Und dann können wir das Ganze hier wieder einfach zubauen. Und den Teppich da wieder hinlegen, als wäre nie was gewesen. Und jetzt können wir einfach hierher gehen, den Schalter umlegen. Und dann können wir hier Kohle befüllen, damit wir eben Strom bekommen. Dasselbe Prinzip werde ich jetzt auch noch hier vorne Maschinenraum anwenden. Hier halt nur dreimal und dann mache ich die zusammen. Was wir allerdings nochmal schnell machen, ist hier dieses Wasser-Dingsbums hier mit dem Effekt, dass halt die Blasen kommen. Beziehungsweise, dass sie halt nicht kommen, wenn man es ausschaltet. Und dafür brauchen wir nochmal einen Schalter natürlich. Da müssen wir uns erstmal überlegen, wo wir das Ganze hinstellen wollen. Ich würde vielleicht sagen, tatsächlich hier irgendwie an die Ecke oder sowas. Vielleicht hierhin. Ja, könnte man machen. Und dann soll das Ganze halt so funktionieren, dass der Soulcent nach unten gezogen wird. Und das würde dann halt dafür sorgen, dass halt keine Blasen mehr kommen. Und das werden wir jetzt mal schnell machen. Und zwar brauchen wir dafür Sticky Pisten. Wir bauen dafür natürlich dieses ganze Reds und Zeugs. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Soulcent, mit dem wir das Ganze ja bauen möchten. Und dann müssen wir uns erstmal da unterbauen. Ich stelle mir nochmal hier Glas und vielleicht auch Wasser, weil wir das bestimmt wieder auffüllen müssen. Und dann buddeln wir uns jetzt erstmal da unter. Und zwar haben wir hier den Soulcent. So, den machen wir mal kurz weg. Und dann machen wir nämlich hier erstmal eine Schicht Glas hin. Damit wir hier ganz in Ruhe arbeiten können. So. Weil ich finde es immer so ätzend mit Reds und zu arbeiten, wenn da halt Wasser in der Nähe ist. Weil Wasser ja Reds und zerstört. So, und da habe ich ein bisschen zu viel weggemacht. Ich glaube, da war so einer, oder? Ne, da wurde auch so einer, okay. So, also bis hierhin soll das Soulcent kommen. Das bedeutet, dass hier die Pistons ungefähr so sein müssen. Auf dieser Höhe hier. So, und dann müssen wir da noch weiter unter natürlich. Ich mache mal hier kurz mit einer Seelaterne ein bisschen lichten, denke ich. So, und zwar machen wir hier unter diese 3x3 Pistons machen wir jetzt auch eine 3x3 Fläche. Und da werden wir jetzt gleich Reds und Fackeln draufstellen. Dann Reds und Fackeln, wenn sie unter dem Pisten sind, dann powern die den quasi. Also so bedeutet, wenn ich jetzt hier überall Fackeln hinmache, die an, oder die gepowert sind quasi, dann wird das hier auch alles hochgeschoben. Und hier können wir dann mal die ganzen Souls dann schon mal hinpacken. Ich mache mal hier schon mal eine Schicht hin, damit das Ganze hier uns nicht gleich beflutet oder sowas. So, war da, diese Block hier waren da glaube ich, oder? Oder nicht? Na egal, machen wir gleich. So, und jetzt müssen wir es halt erstmal schaffen, dass die ganzen Fackeln wieder ausgeschaltet werden können mit dem Schalter eben. Und dafür machen wir hier nochmal eine Schicht weg. So, es gibt bestimmt auch noch bessere Varianten, das zu machen, aber ich mache es jetzt halt so, wie es funktioniert wahrscheinlich. So, und zwar machen wir dann da einfach ein Pie dagegen von jeder Seite und verbinden das erstmal mit Redstone. So, und das wird jetzt nämlich dafür sorgen, dass fast alle schon mal ausgeschaltet werden. Alle außer einer, nämlich die Mitlaste. Das bedeutet, wenn ich die jetzt mal hier zusammenschließe und den Schalter umlege, dann müssen eigentlich alle nach unten gehen. Außer die Mitlasten, seht ihr schon, der bleibt nach oben. Natürlich doof, der soll natürlich auch nach unten gehen. Und dafür machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Platz und buddeln uns dann nochmal weiter nach unten. Und zwar wollen wir jetzt insgesamt bis zu dem Block gehen, wo halt diese Fackel wäre. Das wäre dann hier. Ich gucke mal, ob ich das finde. Das müsste dann hier sein. Ja, wunderbar. Also hier oben soll die Fackel wieder drauf. Und das bedeutet, wir machen darunter einfach nochmal eine Fackel und noch eine Fackel. Weil dann geht es jetzt einmal aus und einmal an. So, zack. Und jetzt müssen wir nur noch das Ding hier powern. Und dann funktioniert das Ganze. So, wobei. Achso, ja stimmt, weil es nicht gepowert ist. Das geht es jetzt gerade nicht. Genau. Das bedeutet, wir machen hier unten wieder einen Repeater hin und verbinden das Ganze wieder mit dem Redstone. Zack, 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 zack. Und wenn ich das jetzt so mache, dann müsste sie auch ausgehen. Genau. Und wenn ich jetzt den Schalter umlege, gehen alle gleichzeitig an. Oder so ungefähr gleichzeitig. Damit lässt es immer ein bisschen, ja, verzögert quasi. Aber soweit funktioniert das schon mal. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit dem Schalter hier vorne verbinden. Das bedeutet, wir machen hier Redstone hin. Und das machen wir mal in so einer Spirale nach unten. Und dann müsste das ja hier ungefähr irgendwo sein. Genau hier. Dann würde ich sagen, verbinden wir das einfach einmal. Okay, hier ist vielleicht ein bisschen doof. Verbinden das mal so. Zack. Und geht dann hier nach oben. Und dann müsste hier irgendwo der, genau hier oben ist der erste Redstone. Und dann machen wir hier vielleicht nochmal einen Repeater hin. Damit das ganze Signal nochmal erneuert wird. Ich kann nicht mehr reden, Alter. Damit das Signal nochmal erneuert wird. Und jetzt müsste es eigentlich reichen. Ich gucke mal, ob das Ganze funktioniert, wenn ich den jetzt umlege. Genau, dann gehen alle nach unten wunderbar. Links also alle nach oben. Das ist da schon mal richtig cool. Ich mache hier nochmal Licht, damit er keine Viecher spawnen kann. Dann mache ich hier nochmal die Wand vor wieder. Jetzt müssen wir da drin nur nochmal kurz das Glas wieder wegmachen und das Wasser neu auffüllen. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So, das bedeutet, das Ganze hier weg. Und dann machen wir hier wieder Wasserquellen hin. Das bedeutet, dass jetzt eben Bläschen kommen. Ich mache das Ding hier wieder zu. Und theoretisch, wenn ich das Ding jetzt halt einen weiter nach unten ziehe, dann ist über dem Soulcent halt kein normaler Wasserblock mehr. Das bedeutet, die Blasen müssen eigentlich weggehen. Und das heißt, das mal anschauen. Und tatsächlich, die Blasen gehen weg, ohne dass man es irgendwie groß auffällig sieht. Und dann können wir das Ding hier einfach wieder anschalten. Und dann müssen die Blasen wieder zurückkommen. Wunderbar. Das funktioniert perfekt. Und dann würde ich sagen, mache ich hier nochmal ein bisschen das Ganze hübscher. So, wir schnappen uns dafür nochmal hier diese hier. Zack, zack, zack. Wobei, da könnte man vielleicht auch lieber Treppen hin tun. Das sieht, glaube ich, noch ein bisschen besser aus. Wenn ich die so mache. Genau. Und jetzt nochmal gucken. Genau, das waren hier die falschen Blöcke. Super. Dann muss ich jetzt einmal hier, zack, mir den Block hier holen. Und dann machen wir... Oh, okay, da kommt gar kein Wasser. Okay, ich habe jetzt hier alles überschwemmt. Das wäre natürlich traurig gewesen. So. Also das haben wir jetzt auch soweit fertig. Dann mache ich jetzt noch einmal hier vorne das mit den Generatoren. Und danach werden wir uns dann mal, denke ich, um die ganzen Türen da oben kümmern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Als nächstes kümmern wir uns jetzt hier oben um die ganzen Türen. Das bedeutet, wir machen diese Tür, diese Tür und auch diese 3x3 Pistentüren hier. Und wir machen auch den Fahrstuhl. Und ich würde sagen, das Erste, was ich mache, ist erstmal diese beiden Türen hier verbinden. Beziehungsweise diese hier und diese hier, weil da habe ich schon ein bisschen angefangen. Und dann zeige ich euch mal, was für eine 3x3 Pistentüren ich da jetzt gebaut habe. Und zwar sollen die Türen hier rauskommen. Das bedeutet, wir stellen uns mal hier Redstone. Das gibt es so Redstone-Kabelzeugs halt. Und verbinden das mal. Und zwar sollen die Türen jetzt offen sein. Also grün steht mal für offen und rote eben für geschlossen. Das bedeutet, jetzt müssen sie auf sein. Das bedeutet, wir machen hier Redstone hin. So, und ich habe mir überlegt, ich mache das hier mit Farben. Und für die Türen zum Beispiel benutze ich jetzt immer gelb. Jetzt muss ich hier entlang bis hier vorne. Und ihr seht schon, die sind gerade ja auch offen, die Türen. Und die sind gerade powered. Das bedeutet, wenn ich die Power, sind sie offen. Und dementsprechend kann ich jetzt hier einfach nur Kabel entlanglegen. Und das Ganze müsste dann funktionieren. Was ich natürlich hier noch mache, sind noch ein paar Repeater. Einfach damit es ein bisschen zeitverzögert ist. Damit man sich das auch cool angucken kann. So. Und ich denke, das müsste schon reichen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken draußen, müsste das auch klappen. Beziehungsweise, wo komme ich denn hier hoch? Hier, perfekt. So, also jetzt sind die Türen alle offen. Und wenn ich jetzt den Schalter umlege, dann müssten sie sich schließen. Ja, funktioniert. Ist die andere Tür auch zu? Ja, die ist auch zu. Perfekt. So, das bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich nur noch diese 3x3 Pistentüren hier vorne machen. Und ich hatte leider keine Ahnung, wie ich das Ganze machen soll. Ich habe es ein bisschen probiert, aber es hat nicht so funktioniert. Aber ich habe ein cooles Tutorial gefunden. Von einem englischen Typen oder amerikanischen Typen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Video in Englisch. Und das werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Weil das ist ein richtig cooles Design. Ihr seht schon, es sieht ein bisschen schwierig aus. Ist aber eigentlich wirklich ziemlich einfach. Und ich zeige euch das Ganze mal. Also wir haben jetzt diese Pistentür hier. Wir legen einfach den Schalter um. Und dann funktioniert das Ganze hier einfach absolut perfekt. Wenn ich den Schalter wieder umlege, geht es auch perfekt wieder auf. Und es sieht sogar gar nicht so scheiße aus. Und dieses Design hier werden wir jetzt insgesamt viermal kopieren. Und ich würde sagen, einmal bauen wir das zusammen. Und die anderen Male werde ich dann einfach quasi alleine bauen. So, und zwar habe ich mir überlegt, machen wir das Ganze so mit Glas dazwischen. Und zwar müsste jetzt hier oben, glaube ich, hier unten, also auf dieser Ebene hier müsste jetzt quasi die Eisentür kommen. Oder? Bin ich gerade, warte mal. Wir haben hier da über und da unter drei. Das bedeutet, hier muss die Eisentür, äh die, ja doch die Eisentür kommen. Und dann lasse ich die nochmal ganz offen. So, das bedeutet, wir machen hier erstmal unsere kleine Plattform hin. Beziehungsweise machen wir die mal direkt aus Glas hier überall. So, das Ganze ist nämlich in jede Richtung nochmal zwei Blöcke weiter. Das bedeutet, ihr habt quasi hier so euer 3x3 Tor. Und dann in jede Richtung, wo halt, also theoretisch stehen ja hier Blöcke. Ähm, und das bedeutet, wo die Blöcke stehen nochmal zwei in jede Richtung weiter. Und da kommt dann dieses Tor eben hin. Das Einzige, was ihr dafür eigentlich braucht, ich mach das hier mal weg, das brauchen wir gerade eh nicht. So, ähm, sind ein Haufen Pistons und Observer eigentlich. Also ihr seht schon, wir brauchen hier halt einen Block, wo das Ganze losgehen soll. Der hat dafür einfach einen Red Zone Block benutzt, äh einen Red Zone Lammen Block. Ähm, mach ich jetzt auch mal, aber ihr könnt eigentlich jeden Block dafür benutzen. Und dann brauchen wir halt, wie gesagt, ähm, ganz viele Observer, ganz viele Sticky Pisten, ganz viele normale Pisten. Und der hat dann noch benutzt, ähm, Fanskates und Obsidian und ich glaube, das war eigentlich alles. Also hier haben wir noch Red Zone Blöcke und halt auch irgendwelche normalen Blöcke einfach. Und das Ganze funktioniert jetzt so, dass wir quasi, ähm, ach so Eisen, ach ja Eisen habe ich, okay, super. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass wir jetzt erstmal hier die Pistons in placeen, die halt das Ganze schieben sollen. Und dann haben wir auf dieser Seite halt einmal drei. Dann haben wir hier zwei Blöcke. Hier haben wir dann nochmal drei Sticky Pisten, so in etwa. Und hier haben wir, glaube ich, auch nochmal einen, genau. Genau. Dann haben wir hier jetzt quasi insgesamt die Möglichkeit, alles zu schieben. Beziehungsweise ich sehe gerade, da unten haben wir auch noch einen. Ich glaube, das war auch uns Digi-Pisten. Ähm, das müsste jetzt aber stimmen. Ich glaube, ich habe alle. Wie soll man sich vorstellen, hier werden drei in die Mitte geschoben. Hier werden drei in die Mitte geschoben. Hier werden zwei nach hier geschoben. Und hier werden auch nochmal, oder werden hier zwei geschoben. Ich glaube, hier werden zwei geschoben und hier nur einer. Dann hätten wir uns quasi alles zu. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist halt diese ganzen, ähm, Pfeile einhalten. Das bedeutet, hier kommt ja quasi der Block hin, der das Ganze aktiviert. Das können wir ja mal mit einem Schalter hier vielleicht demonstrieren. Also wenn ich diesen Block hier aktiviere, dann sollte halt theoretisch die ganze Tür aufgehen. So, und dann müssen wir jetzt einfach nur noch die Pfeile hier quasi richtig machen. Und die Pfeile gucken wir euch immer an quasi. Also wenn ich den so platziere, dann zeigt der Pfeil zu mir. Und ihr seht schon unten da die ganzen Pfeile einfach abbauen. So, wie gesagt, ich werde euch das Tutorial auch verlinken. Das ist ziemlich gut gewesen, ziemlich kurz und halt knackig und man hat halt direkt alles verstanden, finde ich zumindest. Das ist auch immer cool an Tutorials, wenn man es halt echt nicht fünfmal gucken muss, bis man es rallt. Oder wenn halt nicht alles gezeigt wird. Das ist ja auch manchmal so, dass man im Tutorial nicht alles sieht, was man eigentlich braucht. Natürlich dann auch immer ein bisschen nervig. Und hier kommen jetzt ganz normale Pistons hin, hier einmal. Und dann auf der anderen Seite hier auch nochmal, oh, wala, hier hin so. Also, die sind einfach nur dafür da, damit hier die ganzen Observer dann im Endeffekt aktiviert werden können. So, hier kommt dann nochmal einer hin. Ist eigentlich ganz praktisch mit dem Glas, da kann man es halt immer für die Ebenen abbauen. So, das ist eigentlich echt eine coole Idee. Und ich überlege gerade, das war ein Sticky Pistons. Naja, okay. So, war ich mir gerade nicht ganz sicher, aber wir können ja nachschauen. So, dann machen wir hier nochmal zwei von den Türchen hin. Dann kommt hier nochmal einer, der uns so anguckt quasi. Und zwei, die so gucken. Und dann nochmal einen daran. Dann kommt hier einen Obsidianenblock hin, damit man das Ganze halt nicht schieben kann. Dann kommt hier wieder ein ganz normaler Block hin. Dann benutzen wir nochmal zwei Observer. Hier und hier. Dann kommt das Ganze nämlich nochmal in diese Richtung hier. Und powert hier dann einen Block. Und hier kommt dann nochmal ein ganz normaler Pisten hin. So, jetzt das Ganze natürlich hier schon mal ein bisschen durcheinander. Wir machen das nochmal ordentlich. So, hier nochmal einen Obsidianenblock hin. Und theoretisch müsste das eigentlich schon reichen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Also, wenn ich den Schalter hier umlege, dann geht die ganze Tür wundervoll zu. Und wir können sie auch direkt wieder aufmachen. Das ist natürlich ein richtig nice, einfaches Design. Wie gesagt, verlinkt in der Beschreibung. Cooler Typ auf jeden Fall. Und auch gar nicht so viele Obsidianen, wie 1700 oder sowas. Also, na, ihr könnt mal vorbeischauen. So, und auf jeden Fall werden wir das Ganze jetzt so timen, dass quasi die erste Tür zuerst aufgeht. Und dann sieht man, wie die zweite aufgeht. Dann die dritte, dann die vierte. Das bedeutet, das Signal kommt theoretisch von oben. Geht dann hier hin. Dann läuft es durch ein paar Repeater. Geht zum nächsten und dann wieder durch ein paar Repeater und dann wieder zum nächsten. Und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal die Türen hier oben alle fertig soweit. Und dann werden wir das Ganze mal timen. Und dann würde ich sagen, ja, bis ich dann die anderen beiden hier auch nochmal fertig gebaut habe, mache ich erstmal einen Cut. So, ich habe den Kran-Schacht jetzt soweit fertig. Und wir werden das Ganze jetzt mal ausprobieren. Und zwar, wenn ich den Schalter umlege, sollten alle Türen hintereinander aufgehen. Mal gucken, wie cool das aussieht. Ich finde es nämlich cooler, wenn alle hintereinander aufgehen, weil dann ein bisschen cooler, als würde halt alles gleichzeitig aufgehen. Und ich würde sagen, das sieht ja schon mal richtig nice aus. Und was ich jetzt noch machen muss, ist, das Ganze natürlich verbinden mit dem anderen Schalter, damit das auch auf und zu geht, wenn die anderen Türen halt auf und zu gehen. Das werde ich allerdings im Video nicht zeigen, wie ich das Ganze verkabel, weil das halt relativ langweilig ist, einfach von A nach B ganz weit Red zum Zulegen und Tunnel zu buddeln. Was ich euch aber zeige, ist ein Fahrstuhl. Und zwar kommt der hier hin. Und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt als nächstes an. Und zwar platzieren wir hier unten dann erstmal einen Obsidian-Block, wo das Ganze aufhören soll. So. Und obendrauf platzieren wir dann erstmal zwei Slime-Blöcke. Und dann kommen hier erstmal irgendwelche Blöcke hin, drei Stück. Und dann mache ich einen davon schon mal weg und platziere dann einen Sticky-Pisten, der so nach unten zeigt. Und dann da oben drauf kommt dann ein Observer, der nach oben guckt. Also mit dem Gesicht nach oben, nicht mit dem roten Punkt nach oben. Also dass der Pfeil quasi nach unten zeigt und das Gesicht nach oben, so in etwa. Und dagegen platzieren wir dann nochmal insgesamt vier Slime-Blöcke. Das sollte so aussehen. Und darunter machen wir dann dasselbe nochmal. Also das bedeutet, dass der Sticky-Pisten das Ding anguckt. Und dann guckt der Observer quasi nach unten, also so mit dem Gesicht nach unten. Und jetzt geht das Ganze schon los. Ja, okay. Also ihr seht schon, das funktioniert schon mal ganz gut. Fährt jetzt bis nach oben. Und zum Glück habe ich da oben schon Obsidian hingebaut. Denn Obsidian wird das Ganze quasi aufhalten. So. Und dann brauchen wir nochmal irgendwas, womit wir quasi den Einstieg machen können. Und zwar soll man ja hier so einsteigen. Dann ist hier natürlich der Boden. Und oben kommt dann nochmal so ein Dach hin. Und dann kann man hier quasi einsteigen. Und dann fährt das Ganze im Endeffekt wieder nach unten. Und dann würde man genau hier dann aussteigen können. Und jetzt müssen wir das Ganze allerdings nochmal ein bisschen mit Redstone verbinden. Damit wir halt auch eine Schaltung haben. Und dann erschnappen wir uns dafür mal ganz normale Pisten und Sticky-Pisten. Und dann natürlich wieder dieses ganze Redstone-Zeug. Und nochmal einen Knopf. Und zwar machen wir das hier oben so, dass wir hier zwei ganz normale Pistons hinbauen. Und dann legen wir hier oben auf das Obsidian drauf quasi nochmal eine Redstone-Leitung. Die dann hier irgendwo hingeht. Und ich überlege halt, wo wir den Schalter vielleicht hinmachen könnten. Man könnte den vielleicht echt da gegen erstellen. Ich würde sagen, das sieht sogar gar nicht so kacke aus. Dann kann man nämlich einfach einsteigen und diesen Knopf drücken. Und dann müsste es nach unten gehen. Wir können das Ganze ja mal austesten. Also wenn ich den Knopf drücke, wird er überhaupt Redstone übertragen? Ich gucke mal. Also wenn ich das jetzt drücke. Okay, oben wird leider kein Redstone übertragen. Das liegt, glaube ich, an dem Seelaternenblock. Ich glaube, die können nämlich kein Redstone quasi übertragen. Ich versuche das dann gleich nochmal mit diesem hier. So, das bedeutet, wenn ich da jetzt einen Button gegenstelle, dann müsste es allerdings funktionieren. Und es funktioniert auch perfekt. Und jetzt geht das ganze Ding halt nach unten. Und dann müsste es theoretisch auf dieser Höhe hier stehen bleiben. Das werden wir jetzt nochmal abgucken. So. Und das müsste jetzt stehen bleiben. Ne, tut es nicht. Okay, es geht ein weiter nach unten. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann müssen wir das Ganze nochmal ein bisschen höher bauen. Das bedeutet, dass der Obsidianblock im Endeffekt einfach nur einen Block nach oben muss. Und zwar hier hin. Und dann müsste das Ganze schon passen. So, und dann können wir nämlich hier unten schon mal ein bisschen das hier Ganze wieder ausmerzen. Hier, zack, zack, zack. Denn hier, ihr seht schon, ich habe hier überall wieder ganz normal Cleanstone und Andesite halt verwendet. Und was wir dann hier unten machen, ist, wir müssen hier irgendwie einen Block hinkriegen. Dann wird das Ganze aktiviert. Und dann können wir dafür einfach einen Sticky Piston nehmen. Und dann würde ich jetzt den Block da quasi hinschieben. Und dann würde das Ganze funktionieren. Und jetzt müssen wir halt nur irgendwie den Sticky Piston powern. Und das könnte man halt zum Beispiel so machen, indem man hier einfach einen Block hinstellt. Oder einen Knopf, meine ich. Und der würde dann... Ja, das ist ein bisschen doof. Also wir wollen ja auch gleichzeitig nicht die Tür hier bauen. Wir könnten den vielleicht hier hinstellen. Das wäre vielleicht ein bisschen besser. Und dann können wir nämlich den Block dahinter powern. Und ihr seht schon, dahinter ist noch dieses ganze Redstone-Zeug von den Türen. Damit powernen wir jetzt quasi diesen Redstone hier. Und der wird dann jetzt einfach mit so einer kleinen Treppe hier nach unten gehen. Bis man dann hier bei dem Piston angekommen ist. Das bedeutet, bis hierhin muss der. Oder beziehungsweise bis hierhin muss der. So, und dann können wir das Ganze hier noch ein bisschen nach oben gehen lassen. Dann müsste das auch schon funktionieren. Und jetzt können wir nämlich das Ganze hier wieder zumachen, ohne dass das hier irgendwie komisch aussieht. Das Ganze hier wollen wir auch nochmal zu. So, und der Ganze ist jetzt wieder nach oben gekommen. So, perfekt. Und jetzt können wir auch theoretisch hier noch irgendwelche Blöcke hinstellen. Allerdings benutze ich dafür, glaube ich, Glas. Das sieht, glaube ich, nämlich ein bisschen cooler aus. Wenn wir jetzt diesen Knopf hier drücken, dann geht es halt wieder nach unten. Und wir können da jetzt zum Beispiel, wie gesagt, einfach mal Glas hinstellen. So, das bedeutet hier und dann rechts davon nochmal... Glas, eine Reihe. Ihr könntet natürlich aber auch theoretisch einfach Steine nehmen. Würde natürlich auch cooler aussehen. Aber ich will mal Glas benutzen, weil ich hierhin da so viel Mühe immer gegeben habe mit dem Design, dass man das halt irgendwie ein bisschen sieht. Und theoretisch müsste das Ganze jetzt halt genau auf der Ebene sein, wo wir es haben wollen. Ich glaube, ich laufe mal hier schnell runter. Wir haben ja jetzt hier eine Tür, die wir aufmachen können. So, zack. Dann geht hier alles auf und wir stellen uns jetzt einfach mal hier in die Mitte. Zack. Und fallen hier Stück für Stück runter. Auch ziemlich witzig. Und theoretisch müssen wir jetzt hier genau einsteigen können in unseren Fahrstuhl. Und das funktioniert auch. Wenn wir jetzt den Knopf hier drücken, dann geht es wieder nach oben. Und wir können jetzt hier durch das Glas und durch die Slime-Blöcke noch so ein bisschen den Schacht und so angucken. Jetzt warten wir einfach, bis wir oben sind. Und das ist eigentlich schon das ganze Tutorial für den Fahrstuhl soweit. Und damit hätten wir auch schon das meiste eigentlich fertig. Ich überlege gerade, was müssen wir denn noch machen? Ich würde sagen, ich überlege mir jetzt kurz nochmal, was wir alles machen müssen. Nicht, dass ich was vergesse. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben tatsächlich jetzt soweit eigentlich schon alles fertig. Das einzige, was wir natürlich noch machen müssen, ist der Eingang. Und zwar soll das Ganze so funktionieren, wie gesagt, dass wir hier einfach irgendwo, ich nehme jetzt mal diesen Block hier, ein Passwort-Item hinschmeißen sollen. Und dann gehen hier alle drei Türen auf. Wir können reinlaufen. Und dann bleiben die Türen so lange auf, bis man diesen Knopf hier drückt. Weil dann geht man hier quasi rein. Und dann gehen halt alle Türen zu. Und so lange kann man sich das halt überlegen, ob man halt hierbleiben möchte oder ob man nochmal raus möchte. Und das Ganze wird so funktionieren. Also ich mache jetzt erstmal den Mechanismus, wie man das Ganze einsammelt. Und zwar schneiden wir uns auch hier mal diverse Blöcke. Wobei, das brauche ich noch gar nicht. Dö, 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 brauche ich noch? Ich kiste ja natürlich mal noch eine Kiste so. Und zwar soll das Ganze so funktionieren, dass hier unter quasi das Item eingesammelt wird. Also hier ist quasi noch ein Block. Das bedeutet, man sieht das nicht. Und das könnte hier auch dieser Block sein. Oder das könnte dieser Block hier sein. Man soll es halt einfach nicht direkt erkennbar machen. Aber es ist halt dieser Block hier. Wir können auch den Dirtblock nehmen oder hier vorne irgendwie ein oder sowas. Aber ich nehme jetzt mal diesen Block hier einfach. So und hier unter muss also das Item eingesammelt werden. Das bedeutet, auf dem Block darunter muss ein Minecart. Das wäre dann dieser Block hier. Und darunter muss dementsprechend dann ein Hopper hin. Ich platziere hier mal kurz eine Kiste. Dann können wir das gleich mal testen. Und platziere dagegen einen Hopper. Und oben drauf noch einen Hopper. Dann kommt oben drauf eine Schiene. Ich nehme in diesem Fall eine Power Rail. Aber das ist eigentlich ziemlich egal. Dann platziere ich hier noch ein paar Blöcke. Da oben den Block natürlich hin. Und dann noch das Minecart. Und das bedeutet, wenn ich jetzt hier außen einen Block dahin... Äh, einen Block. Ja, genau. Ein Item hier auf diesen Block schmeiße. Dann wird das Item eingesammelt. So. Und sollte jetzt in der Kiste im Endeffekt landen. Perfekt. Und das werden wir jetzt eben dazu nutzen, um ein Redzone-Signal auszustoßen. Mit dem wir dann im Endeffekt die drei Türen hier alle aufmachen. Allerdings muss ich das nochmal ein bisschen üben. Weil ich habe das tatsächlich einmal bis jetzt erst gemacht. Und das war mit dem anderen Bunker. Und da werde ich mir jetzt nochmal anschauen, wie ich das nochmal gebaut habe. Und dann mal gucken, wie wir das Ganze hier anpassen können. Und deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt nochmal kurz den Cut. Und was ich auch noch machen muss, ist tatsächlich hier den Berg ein bisschen hübscher bauen. Weil das sieht ja ein bisschen komisch aus von hier. Und außen sieht das natürlich cool aus. Aber da muss ich noch ein bisschen was auffüllen. Ja, also ich werde jetzt erstmal gucken, wie ich das Ganze mache. Und dann schauen wir mal, mit was ich dann... Oh, hier oben fehlt auch. Hier übrigens ist der Schalter, um das Ganze zuzumachen. So, dann mache ich aber nochmal einen Block hin. Ja, also ich werde jetzt erstmal gucken, wie ich das Ganze baue. Und dann gucken wir mal, mit was ich dann wiederkomme. So, ich habe jetzt hier ein Passwortschloss eingebaut. Und das Ganze funktioniert ziemlich gut. Hoffe ich zumindest. Wir werden das Ganze jetzt mal ausprobieren. Und zwar haben wir, wie gesagt, diesen Block jetzt hier, wo wir ein Item hinschmeißen müssen. Und dieses Item ist ein bestimmtes Item. Und es muss auch einen bestimmten Namen haben. Hoffentlich, nämlich es muss ein Nether Star sein, der Key heißt. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Apfel da hinschmeiße, dann sollte der zwar auch eingesaugt werden. Aber das Ganze sollte nicht funktionieren. Wir warten mal ein bisschen ab. Und es sieht aber ganz gut aus, sodass es nicht funktioniert. Und jetzt nehmen wir nochmal einen Nether Star, der aber nicht benannt ist. Und das dürfte jetzt allerdings auch nicht funktionieren. Und die Sonne geht auch schon wieder unter. Ist ja wieder... Ich habe hier wieder viel zu lange dran rumgespielt irgendwie. Aber das Ganze funktioniert auch nicht. Und jetzt müssen wir es nochmal versuchen mit dem Key Nether Star. Und dann müsste das Ganze allerdings aufgehen. Hoffentlich. Und wir beten einfach mal. Und das klang schon mal gut. Und es funktioniert auch. Das ist doch wunderbar. Jetzt gehen alle drei Türen auf. Wir können reingehen. Und jetzt können wir uns überlegen, ob wir halt in den Bunker hinein möchten oder nicht. Zur Not könnten wir jetzt noch rausgehen. Ich überlege gerade. Das ist eigentlich gar nicht so schlau. Weil jetzt ist ja, wenn ich mich dazu entscheide, rauszugehen, dann ist die Tür ja für immer offen. Eigentlich muss ich da was anderes einbauen. Aber für den Anfang reicht es erstmal. Man könnte so einen Nacht- und Tag-Timer machen. Dass halt jedes Mal, wenn es Nacht ist, auf jeden Fall nochmal die Tür zugeht. Das wäre vielleicht eine coole Idee. Naja, auf jeden Fall, wenn man jetzt hier reingeht, dann müsste man diesen Knopf hier drücken. Und dann würde ja hier das alles aufgehen. Und dafür würde dann allerdings das Haupttor zugehen. Ja, und das war eigentlich alles von diesem Video. Wir haben jetzt alles soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo wir dann nochmal eine Bunkertour machen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.